Hallo Leute, schön, dass ihr bei meinem Kanal vorbeischaut. Ich hoffe, ihr seid noch alle gesund. Ich bitte euch, handelt euch an die Corona-Regeln. Denn ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wenn wir Klick haben und das überstehen, kommen andere Probleme auf uns zu. Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, Existenzen gehen unter. Wie kann man Miete zahlen, Strom und so weiter und so weiter. Was wird aus unserem Land? Im Alltempo wird die Bundesregierung Hilfspakete auf den Weg bringen. Großes Fragezeichen. Die Welt steht auf dem Kopf. Da fällt mir ein idealisches Sprichwort ein. Das lautet, Wasser wird wertvoller als Gold. Ich wollte in den Tagen, wollte ich Desinfektionsmittel kaufen. Ausverkauft. Mundschutz-Gummihandschuhe. Ausverkauft. Ethanol und Spiritus. Ausverkauft. Wer so etwas zu Hause hat, kann sich ganz einfach so etwas herstellen. Schaut im YouTube-Kanal nach. Da gibt es tolle Filme darüber. Aus Kaffeefiltern kann man einen Mundschutz bauen. Links und rechts Löcher einstanzen. Gummi einschlaufen. Das war's. Sieht blöder aus, aber es hilft einigermaßen. Es geht ja darum, dass der Filter verhindert, dass man sich ins Gesicht dreift. Und bitte denkt an eure Omas, Opas, Eltern, an die armen Leute. Unterstützt die bitte. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Kommt durch die schwere Zeit und bleibt gesund. Euer Helfer ist am Sport. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.